Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Tipps und Tricks Video von eurer Alphawölfin. Heute geht es alles um die folgende Errungenschaft. Sternenlicht-Erinnerung. Wie ihr sehen könnt, ist bereits eins abgehakt, weil ich stehe nämlich schon vor einem der Brunnen. Und zwar müsst ihr machen, zieht Kraft aus den Aleidenbrunnen der Westauen. Ich stehe gerade bei dem Aleidenbrunnen Niriastare. Und zwar findet ihr den hier im Westen auf der Karte und zwar genau hier. Da seht ihr auch hier so ein, ja im Endeffekt wie von oben so ein kleinen Brunnen-Symbol, wo ihr hin müsst. Das ist ein bisschen nordöstlich vom Wegschrein Sutsch. Der nächste Aleidenbrunnen befindet sich hier. Und zwar ist das hier oben. Ihr könnt zum Wegschrein des Fallfahrts reisen, dann den Weg hier oben nehmen, hier hochlaufen und dann hier rechts rein. Und zwar ist das der Aleidenbrunnen beim Adlerfelsen. Falls ihr den übrigens nicht direkt nehmen könnt, dann müsst ihr euch einmal auslocken und wieder einloggen. Dann könnt ihr ihn auf jeden Fall nehmen. Den nächsten Brunnen findet ihr inmitten von Gegnern. Und zwar hier unten, das ist nordöstlich vom Wegschrein Osttumir. Dann der nächste Aleidenbrunnen befindet sich hier. Und zwar ist das auf der Karte genau hier unten. Ihr müsst nur zum Wegschrein der Felder Gartburg reisen und dann einmal hier so quer durch, ein paar Gegner durch und dann hier zu diesem runden Punkt. Den fünften Aleidenbrunnen findet ihr ganz einfach und zwar, indem ihr rechts unten auf der Karte zum Wegschrein des Händlerglücks reist und dann einfach ein paar Meter hier diese Straße folgt. Direkt hier findet ihr den Brunnen. Und den sechsten und damit letzten Aleidenbrunnen findet ihr hier oben. Und zwar ist das etwas oberhalb von dem letzten Punkt, wo wir gewesen sind. Das war hier unten, ja, nordwestlich von dem Bors-Olo-See. Okay, da müsst ihr dann, je nachdem von wo ihr kommt, ich bin jetzt von hier oben gekommen, einfach hier runter reiten, einmal übers Wasser drüber, ein bisschen blöd da hochspringen, wo die Treppe ist. Und dann findet ihr genau hier diesen Brunnen. Das ist dann der Aleidenbrunnen beim See Olo. Und ich hatte es leider eben vergessen zu sagen, dass davor war der Aleidenbrunnen bei Osttumir. Ja, wenn euch das Video weitergeholfen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren. Also, wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.